Was passiert, wenn ein Hersteller, der primär Einstiegsdrucker herstellt, sich an einem Konkurrenzprodukt zum aktuellen Platzhirsch versucht? Das sehen wir mit dem Anycubic Cobra 3 in der Combo mit dem ACE, der Anycubic Color Engine. Hier versucht Anycubic, sich Marktanteile im unteren Preissegment der Drucker mit Filamentwechsel zu sichern. Also aktuell primär gegen den A1 vom Bambu Lab. Ist das eine gute Idee oder geht das nach hinten los? Zuerst und Glück auf. Ich bin der Jan und heute schauen wir uns den Cobra 3 in der Combo mit der ACE-Unit von Anycubic an. Das Testmodell hierzu wurde mir von GeekBank zur Verfügung gestellt. Diese haben übrigens nun auch einen deutschen Store, zugeschnitten auf den deutschen bzw. europäischen Markt mit Versandlagern in der EU. Unten findet ihr Links zu den Produkten. Kauft ihr über diese ein, erhalte ich eine kleine Prämie, die mir hilft, diesen Kanal hier zu betreiben. So, aber nun zum Drucker. Von den technischen Daten positioniert er sich recht robust und überzeugt mit einem Druckvolumen von 25 x 25 x 26 cm. Diese sind X und Y je 6 mm kleiner als der A1 vom Bambu Lab. Dafür kann er im Z 4 mm höher gehen. Geschwindigkeitstechnisch soll er laut Anycubic mit bis zu 600 mm die Sekunde unterwegs sein. Realistisch sind aber für eine gute Qualität eher so 300 mm die Sekunde, also ähnlich flott wie der A1. Mehr Farbdruck ist mit der ACE möglich, zu der aber nachher noch mehr. Wie auch der A1 unterstützt der Drucker Input Shaping, also Vibrationskompensation. Dies funktioniert meiner Meinung nach ganz gut. Als Druckbett kommt ein PEI-Federstahlblech zum Einsatz, also absolut ausreichend. Automatisches Leveln und Einstellen des Z-Offsets sind ebenfalls mit an Bord und gehören in der Preislage eigentlich auch schon standardmäßig zum guten Ton. Der Slicer. Aktuell bietet Anycubic 2 Slicer für den Drucker an. Denn Anycubic Slicer, welcher Meinung nach absoluter Schrott ist. Von der Handhabung und den Ergebnissen. Und den Anycubic Slicer Next auf Basis von Orca. Dieser ist wirklich in Ordnung und liefert top Ergebnisse. Seit dem letzten Update kann auch via Wireless LAN mit dem Drucker gedruckt werden und nicht mehr ausschließlich via der Anycubic Cloud. Was ich sehr begrüße. Die Druckqualität hat mich wirklich überrascht. Der Drucker liefert out of a box keinen Grund für mich zu meckern. Auch nicht zu meckern habe ich, wenn ihr diesem Video hier ein Gefällt mir da lasst und vielleicht auch meinen Kanal abonniert. Kostet euch beides nöscht, ne? Jeder der Drucker, die ich euch hier zeige, sind mit den Standardprofilen des Anycubic Slicer Next und ohne gesonderte Kalibrierung entstanden. Definitiv sehr benutzerfreundlich und überzeugend. Die größte Besonderheit des Druckers ist natürlich die RCE, die Filament Wechsleinheit. Zu dieser sei gesagt, dass sie ihren Job macht. Aber sie ist ein wenig empfindlich. Ich hatte zu Beginn häufig Probleme mit Verstopfern verschiedener Art. Warum hatte? Den großen Teil der Probleme konnte ich beheben, indem ich den Bogen der Bodenschläuche länger gemacht habe, dass diese über dem Druckbett größer ist. Hierdurch kommt es deutlich seltener zu Problemen. Auch machen manche Filamentrollen Probleme beim Abrollen, zum Beispiel wenn diese breiter sind oder einen größeren Durchmesser haben. Aber ähnliche Probleme sind auch bei den BambuLab Lösungen bekannt. Insgesamt macht die RCE mir inzwischen wenig Probleme. Auch verglichen mit meinen BambuLab AMS Lösungen. Was mir wirklich gefällt an der RCE ist der integrierte Filamenttrockner. Der das eingelegte Filament über eine definierbare Dauer trocknet. Allerdings braucht der Drucker mit der RCE daneben viel Platz auf dem Schreibtisch. Ich habe zwar YouTuber gesehen, die den Drucker auf die RCE stellen. Das halte ich aber für unpraktikabel, da man dann nicht mehr gescheit an die RCE kommt. Und ich befürchte, dass der Drucker irgendwann durch die Vibration von der RCE runterfällt. Auch der separate Stromanschluss für die RCE finde ich als nicht schön gelöst. Aber vermutlich liegt das am Filamenttrockner, dass der es nicht mehr über das Netzteil des Druckers mit versorgt werden kann. Über Filamentwechseleinheiten sei generell gesagt, unabhängig jetzt von Anycubic oder BambuLab, dass sie ordentlich Müll erzeugen. Insbesondere bei Drucken, die auf einer Ebene mehrere Farben haben. Extremes Beispiel hierfür ist dieser Drache. Hier sind stellenweise vier Farben auf einer Ebene. Insgesamt hat er 1250 Filamentwechsel durchgeführt, bei der jedes Mal ein wenig Filament verbraucht wurde. In Summe bei diesem Dachen über ein halbes Kilo. Da ist der zusätzliche Zeitbedarf tatsächlich das kleinste Übel. Anders sieht es aus, wenn man zum Beispiel wie hier bei den Uforge-Buildern Filamentwechsel auf Ebene macht. Hierbei geht deutlich weniger Filament drauf. Man muss also schon recht bedacht sein und mit Verstand rangehen. Auch wenn man sich im Klaren sein, dass die Menge an Filamentabfall gleich bleibt, unabhängig von der Menge an Drucken auf dem Bett. Einer dieser Fidget-Spinner erzeugt genauso viel Abfall wie 10 auf dem Bett, da die Filamentwechselanzahl unabhängig von der Anzahl der zu druckenden Objekte gleich bleibt. Zwei Aspekte, die ich bei der ACE, genauso wie bei dem Bambulab AMS, absolut feiere, sind die Tatsache, dass Filament B und N laden extrem einfach ist. Verglichen zu Druckern mit nur einer Rolle und die Tatsache, dass man zwei gleiche Rollen einsetzen kann und die Einheit, sobald die erste leer ist, mit der zweiten weitermacht, ist wirklich klasse. Kurze Filamentreste auf einer Rolle können damit restlos aufgebraucht werden, ohne irgendwelches Heckmeck. Was gefällt mir denn besonders? Die Preisleistung ist wirklich super. Man bekommt hier wirklich viel Technik zum guten Preis. Das Design des Druckers und der ACE finde ich sehr ansprechend, hat einen hübschen Industrial Style, finde ich. Die Möglichkeit, in der ACE direkt Filament zu trocknen, erspart ein weiteres Gerät, finde ich auch gut. Der Nosseltausch ist einfach, die Front des Druckkopfes kann einfach abgenommen werden. Und, out of the box, bekommt man hier mit dem neuen Slicer wirklich gute Druckergebnisse mit wenig Arbeit. Was gefällt mir nicht? Die Lösung mit den Bogenschläuchen und der ACE braucht wirklich viel Platz. Durch die Bodenschläuche lässt sich das Ganze auch schwer anders aufstellen, als nebeneinander wie hier bei mir. Wenn man Probleme mit der ACE vermeiden möchte, müssen die Bodenschläuche auch einen großen Bogen bilden, wodurch der Platzbedarf auch nach oben recht groß ist beim Druck von hohen Modellen. Dass die ACE extra Strom braucht, finde ich auch recht unglücklich. Aber wie gesagt, aufgrund des Filamenttrockners geht das vermutlich nicht anders. Fazit Mein Fazit. Man macht mit dem Cobra 3 und der ACE im Wandel für den Preis nichts falsch. Klar, der Bambulab A1 mit der AMS ist noch etwas wertiger und ausgeklügelter, dafür aber auch wieder teurer. Was meint ihr, für welchen Drucker würdet ihr euch denn entscheiden? Den kostengünstigen Anycubic oder doch lieber einen Bambulab? Ich muss sagen, ich mag beide Drucker. Beide haben ihre Daseinsberechtigung. So, ich bin jetzt aber auch mal wieder raus. In dem Sinne, euer Jan.